Gute Eintracht-Fans, herzlich willkommen zu unserer ominösen Black and White Friday Show auf Eintracht TV. Zu meiner Linken, Moppes, herzlich willkommen, Sie sind dabei. Und zu meiner Rechten, Heinz, grüß dich. Wir machen heute eine tolle Show, bei der Köpfchen gefragt ist und wollen euch auf Herz und Nieren und vor allem auf den Kopf testen. Es geht darum, wir haben viele tolle Artikel vorbereitet und ihr habt 30 Sekunden Zeit, um euch so viele wie möglich zu merken. Und der Sieger, der bekommt dann diesen tollen Preis geschehen. Habt ihr noch Fragen zur Aktion? Nein, eigentlich kann es losgehen. Sehr gut. Wer will starten? Ich würde sagen, ältere beginnt. Gut, sehr gut. Okay, so machen wir es. Perfekt. Heinz, dann bekommst du diese Koffer. Ich hoffe, dass wir coole Musik für dich gefunden haben, damit alles mit rechten Dingen abläuft hier. Professionell erst die Brille, damit da Heinz nichts sieht. Und dann die Koffer mit unserer schönen Hausmusik. Schöne weihnachtliche Hausmusik. Schöne weihnachtliche Hausmusik, genau. Und dann setzen wir dich hier hin. So, Moppes, du hast ab jetzt 30 Sekunden Zeit, um dir so viele Artikel wie möglich zu merken. Das ist eine schöne Auswahl an Merchandise-Artikeln, die wir heute am Black-and-White-Friday um minus 40 Prozent anliegen. So, Moppes, die Zeit ist um. 30 Sekunden können echt verdammt schnell vergehen. Jetzt bin ich gespannt, was du dir gemerkt hast an dem Artikel. Schieß los. Gut, Tasse, Mütze, T-Shirt, Jacke, Salz und Pfeffer, zwei Bettflaschen, noch eine Tasche. Ähm, was war es noch gewesen? Äh, zwei größere Tassen zum Trinken waren es noch. Und ein kleines Dickel. Was war noch gewesen? Ja, Moppes, Respekt. 30 Sekunden, so viele Artikel gemerkt, das war an dich vorgelegt. Vor deinem Schützling, jetzt bin ich auf den Heinz mal gespannt. Ich auch. Heinz, geschlafen hast du nicht, glaube ich. Dafür war die Hausmusik zu laut, hast du gemütlich gemacht. Nichts gehört, nichts gesehen von dem, was Moppes hier vorgelegt hat. Auch für dich jetzt 30 Sekunden Zeit. Viel Spaß, viel Erfolg. Danke, Sir. Danke, Sir. So, Heinz, die Zeit ist rum. Bitte um dein Ergebnis. Da war eine Tasche, eine Tüte, da war ein Shirt, eine Mütze, so eine kleine Brosche, ein Stecker, ein Kühlbäck, ein Becher, eine Weste, ein Stifthalter, ein Bettüberzug. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Es war unfassbar spannend und wir kommen nun zum Ergebnis. Das war ein echter Krimi, ihr habt beide unfassbar gute Leistungen abgeliefert. Moppes, du hast vorgelegt, wirklich nicht schlecht, da hat nur ein einziges Produkt gefehlt. Und Heinz, du warst auch nicht schlecht, sodass wir zwei Sieger haben am heutigen Tag. Herzlichen Glückwunsch, haben euch beide stark gemacht. Und deshalb gibt es für euch beide unseren wunderschönen Christmas-Sweater, den ihr heute geschenkt bekommt und zugleich auch anziehen mögt. Danke sehr. Klasse gemacht, Jungs, richtig stark. Gute Nachrichten gibt es nicht nur für Moppes und für Heinz, sondern auch für euch, denn am heutigen Black & White Friday gibt es auf diese und auf viele andere Artikel für euch 40% Rabatt in den offiziellen Eintracht Frankfurt Fanshops. Schaut vorbei, es lohnt sich.